die ich renne da weg obwohl ich da raus muss dem scheiß nicht die haben wir da irgendwas vor ah ich wusste es ich wusste es mieser scheißkerl hier kommen die raus mama ich wusste da war ja komm schon nach mein wer bleibt doch nicht zerspart wenn ich aber sehen wo ist deine positions wechsel du lauch Ne, Freunde? Einiges brauchen ist Rüstung. Rüstung. Da war gerade welche. Moment. Rüstung. 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 Oh. ooooh nice dann machen wir mit zielen da haben wir den schneller kaputt ja geil ey das hat mich jetzt viel gekostet aber gleich habe ich ihn aber ich werde mir vorher mal eben ganz fix hier den da mal reinschmeißen den hier machen den da wie da ist nichts drin da war noch sauer wenn wir hier noch um da ist ausgelutet hier der virus ja komm wir kommen noch 120 was holt anna marie ach der kann durchschießen okay das war mir jetzt aber mal herrn mal herrn wo soll ich denn hin da rein okay kommando zentrale london nautica transporter nummer vier meine ladung ist zerstört ich wurde von einem verdammten terroristen angegriffen und kam gerade noch mit dem leben davon verstanden verständige einsatz nach besprechung nach ihrer antwort verdammt der miss der schimpf das ist ja 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 die die den magen umdreht dann haben wir auch reden das okay hier spricht ihr kumpel klaus kreuz im wagen auf dem weg zum londonautiker geht nach unten zu dem parkplätzen dann sammle ich sie ein ich habe tausend schlager und so weiter kann man sagen das war der aufschlag ja 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 aber alles was ich will ist dich wieder zu sehen wir kriegen direkt besuch hier ist nicht ja ja doch noch ich habe nicht mal der granate man wir haben sie wieder alles weggenommen ja oh ja ja jetzt aber auch aus halte ich fest aber das ist dort und zum geier stirbt doch endlich du quatschbacke ich hab mir ist leer was mache ich denn ach so ich habe ja noch so ich schieße den helm runter du drecksack verstört neben krähe hat position er nahm hat mich so bräselt dort wird so bräselt hat mir so preis und so bräsel drücken zum fortfahren jawohl dabei mal er mal er mal er ehrlich immer neue gandalf wechselt auf position jetzt nämlich auch mal jemand sondern so eine handgang mörder der spiel kommt los oder nicht ich weiß dir gerade gesessen er wie wo schießt die alle hin ich weiß nicht nein ich wollte gerade so spät jesus ey Ja, okay, warte, komm. Du, runter, so. Komma. Blöder Saftzack. Was? Ich schieße vorbei? Alter. Ich dich auch. Fall oben, Mann. Ein Scharfschützengewehr und der lebt immer noch. Yes. Uiui, okay. Keine Monitor mehr. Mann, jedes Mal das gleiche Theater. Ach, scheiße, ich kann nicht. Nein, nein, nicht, ich denke nicht. Au. Okay, äh, ja, äh, das war jetzt das dritte Mal hier. Das reicht jetzt, ja. Ich kam es jetzt knapp 17 Uhr. Jetzt will ich das ganze Material erst einmal rendern. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, gehabt euch wohl und, äh, fette Beute, euer Virus. Ciao mit Vau. Oh, mein Gott, Alter. Oh. Hier. Ja. Oh. 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 Ja, kann das mal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. willkommen zurück hier weiße wulfenstein sind die new arschhausen jetzt muss man alles aufsammeln kommandante da war wohl jetzt hier bleskowitsch hier sind echt die knüller von müller diese stelle hier hat es aber auch in sich gehabt ja ich stehe hier sammle das ein aber da hinten dieses gewehr wird aufgesammelt ja leute an dieser stelle hänge ich ganz schön lange dran bis ich es jetzt endlich mal aber es war ja auch gerade mal so ein bisschen eingeübt wieder so was haben wir denn hier london die die größte jemals gebaute waffe london 15 november 1960 die abteilung für superwaffen unseres militärs hat die größte waffe der welt gebaut in der gewaltigen dunkelheit des weltraums schwebt weit über der erde ein gigantischer orbital spiegel der die kraft der sonne selbst nutzen kann das sonnengewehr im zentrum des spiegels sieht eine direkt auf die erde gerichtete 2,5 kilometer lange raumstation hervor nach der aktivierung mündelt das sonnengewehr die energie der sonne zu einem tödlichen strahl der ganze städte und asche legen und die ozeane zum kochen bringen kann mit dieser waffe können wir in den dunkelsten das ist also jetzt irgendwie ich habe es mit lesen heute warum nicht mit dieser waffe können wir ihnen den dunkelsten ecken der erde lauernden anarchisten und terroristen vernichten ohne das leben unserer tapferen truppen zu riskieren äußerte sich dazu hans group der leiter der sonnengewehr projekts sonnengewehr projekts das ist auch wieder so ein name für sonnen die gefahr von collateralsschäden ist wenn überhaupt vorhanden minimal